Eilmeldung Wichtiger Spieler wechselt zum Liverpool Fortsetzung des Videos für weitere Informationen und abonnieren Sie den Kanal, um täglich exklusive Nachrichten aus Rom zu erhalten. Berichten zufolge hat der Liverpool begonnen, Verhandlungen zur Verpflichtung von Manu Kone, einem jungen Talent von Borussia Mönchengladbach, aufzunehmen. Der englische Verein wäre bereit, zwischen 40 und 45 Millionen Euro für dieses vielversprechende französische Talent im Alter von nur 22 Jahren zu zahlen. Aber nicht nur die Reds sind interessiert, auch Manchester United und Paris Saint-Germain buhlen um sein Talent. Laut der renommierten deutschen Zeitung BILD hat der Liverpool bereits Kontakt zu Kones Vertretern aufgenommen und großes Interesse an seiner Verpflichtung für die nächste Saison gezeigt. Der Spieler hatte eine solide Saison und bestritt 31 Spiele für Borussia Mönchengladbach, das in der Bundesliga den 10. Platz belegte. Borussia Mönchengladbach verlangt eine Ablösesumme von 40 bis 45 Millionen Euro für Kone, der einen Vertrag bis 2025 hat. Darüber hinaus hat der deutsche Verein die Option, den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Es wird vermutet, dass die Einnahmen aus diesem möglichen Transfer für neue Verpflichtungen in der Sommertransferperiode verwendet werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und bis zur nächsten Nachricht Gemeinsam für Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach